Das Lamm vor dem Throne Gottes Am Schluss der sechs Schöpfungstage saß Gott auf seinem heiligen Weltenthrone, um die Erhabenheit und Pracht seines vollendeten Meisterwerks mit Wohlgefallen zu überblicken. Jegliches Wesen hatte seine eigene Bestimmung, jegliches Geschöpf freute sich mit seinem Dasein. Nur ein Wesen war schweigsam, traurig und lag vor den Stufen des ewigen Thrones wehmutsvoll hingesunken. Das unschuldige Lämmchen war es, das die allgemeine Freude der neu geschaffenen Wesen nicht teilen konnte. Der allliebende Vater, dessen unendliche Barmherzigkeit sich über jedes seiner Werke erstreckt, bemerkte das Leid des niedergeschlagenen Lammes und fragte, »Was fehlt dir, armes Lamm? Warum bist du so traurig und niedergebeugt, während meine übrigen Geschöpfe alle so fröhlich und vergnügt mit dankbarem Gemüte lobpreisend zu mir empor schauen?« »Ach, mein Gott und Vater«, erwidert das Lamm seufzend. »Wie soll, wie kann ich vergnügt und heiter, gleich den anderen Geschöpfen mich meines Daseins freuen, wenn ich schwach und hilflos ewig den Misshandlungen der anderen Tiere ausgesetzt bin? Warum bin ich eine Ausnahme unter den Tausenden? Warum gabst du mir nicht Schild und Waffe zur Verteidigung wie den übrigen Tieren? Hat doch dieses seine spitzen Hörner, jenes seine scharfen Klauen, dieses seinen kräftigen Rüssel, jenes seinen gefährlichen Zahn. Während so viele Tiere durch Klettern, Schnelllauf, durch Fliegen in die freie Luft, durch Tauchen in die Tiefe des Gewässers, ihrem gefährlichen Feinde zu entkommen imstande sind, stehe ich verlassen, vereinzelt, ohne Schutz und Waffen, ohne Aussicht auf Hilfe in der großen Welt da und bin der Willkür meiner Feinde völlig preisgegeben. Gott hörte die Klagen des hilflosen Lammes wohlwollend an und sprach, Hm, dein Ansuchen sei dir gestattet, und es sei dir außerdem die Wahl überlassen. Verlangst du Krallen, Nägel, scharfe Zähne, ein Rüssel, womit du alles, was dir nahe kommt, zerfleischen, töten und vernichten kannst? Hm, nein, 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 fern sei dies von mir, sagt das Lamm. Nicht eine dieser gefährlichen Waffen wünsche ich. Nicht eine, wodurch ich einem anderen Schaden zufügen oder gefährlich werden könnte. Ich liebe den harmlosen Frieden und will mit meiner Umgebung auch nie in Feindschaft geraten. Nur bitte ich um solche Waffen, die mich so manches zugefügte Übel vergessen oder nur meine Leiden erträglich machen könnten. Hm, deine Bitte ist zu gerecht, armes Geschöpf, als daß ich sie dir nicht gewähren sollte. Ich gebe dir hiermit drei der kräftigsten Waffen, vermittels deren du im Unglück nicht elend sein wirst. Mit ihrer Hilfe wirst du imstande sein, das größte Übel zu besiegen. Diese Waffen heißen Sanftmut, Hingebung und Geduld.